Gesetz 20. Die Strategie des Reifenlassens Manchmal braucht es nur etwas Zeit und die Dinge erledigen sich von selbst. Wir erinnern uns an Gesetz 15, die Erzwingungsstrategien. Hinter jenem Gesetz steckt die Taktik, den Gegner nach den eigenen Bedingungen, im entsprechenden Video habe ich sie als die Rahmenbedingungen des Krieges bezeichnet, kämpfen zu lassen. Und manchmal braucht es auch gar nicht mehr als einige für den Feind unwirtliche Bedingungen, damit dieser letztlich die Flinte ins Korn wirft. Hier kommt die Strategie des Reifenlassens zum Tragen. Wie der unreifen Frucht am Baum Zeit zum Heranreifen gegeben werden muss, so muss auch dem Gegner Zeit gegeben werden, sich in seiner misslichen Lage derart zu verausgaben, dass er sich zurückzieht. Er könnte natürlich auch die Ruhe bewahren und seine Möglichkeiten abwägen und erst dann handeln, doch aufgrund eines bestimmten gesellschaftlich verankerten Musters ist es wahrscheinlicher, dass unser Gegner unbesonnen agiert. Er mimt eine in Treibsand gefallene Person, die sich vehement zu befreien versucht, doch dadurch immer tiefer absinkt. Es geht um den Unterschied zwischen Agieren und Reagieren. Beim Reagieren ist die Aktion des Gegners die Grundlage für unser Handeln. Das ist in Auseinandersetzungen häufig eine schlechte Wahl. Beim Agieren legen wir selbst die Grundlage. Beides, sowohl das Agieren als auch das Reagieren, gehören in den Bereich des Handelns und dennoch scheuen wir das eine, nämlich das Agieren und gehen stattdessen den Weg der Reaktion. Es erscheint uns einfacher, anhand der Taten unseres Gegenübers aktiv zu werden, anstatt uns davon losgelöst ein neues, eigenes Manöver auszudenken. Da es den allermeisten Menschen so geht, schaukeln sich Konflikte in der Regel nach und nach hoch, anstatt dass sie direkt mit voller Kraft losgehen. Dieses so übliche Hochschaukeln ist nämlich ein Kreislauf aus endlosen Reaktionen. Robert Greene bezeichnet diese reaktiven Zermürbungskriege als ein Zeichen von Faulheit und betont, dass diese unnötig Zeit und Kraft verschwenden. Treffen wir dagegen auf einen Gegner, der direkt mit voller Kraft loslegt, sind wir überrascht. Insgeheim halten wir solche Personen für unzivilisiert und zweifeln ihre geistige Verfassung an. Und das nur, weil sie sich nicht auf den gesellschaftlichen Kreislauf des Reagierens einlassen. Es ist die Angst vor den Urteilen anderer, die uns in einem reaktiven Leben festhält. Das Wort unzivilisiert könnte man hier sogar stehen lassen. Einige Aktionen sind immer roher und echter als die zivilisierte Art der Kriegsführung, nämlich das Hochschaukeln. Aber sie ist dadurch auch ehrlicher. Absichten werden weniger verschleiert und der Gegner weiß direkt, mit wem er es hier zu tun hat. Wenn wir agieren, anstatt zu reagieren, können wir die Dinge reifen lassen. Die andere Seite ist nun am Zug. Vermutlich wird diese auf unsere Aktion reagieren und sich damit automatisch eine passivere, schwächere Rolle verschaffen. Die andere Seite ist nun am Zug.